Ja, aber if you successfully attack someone, also die Attacke geht durch. Nein, Sepp kriegt einen Schaden und jetzt kriegen alle anderen, müssen blocken, sonst kriegen sie auch einen Schaden. Genau, das heißt nur, dass Sepp nicht zwei Schaden durchdurchsucht kommt. Richtig. Okay, ich seh das anders. Nee, dann bist du der Einzige. If you successfully attack someone, da ist der Satz ja erstmal schon vorbei. Er hat jetzt Sepp angegriffen, er kriegt einen Schaden. Das war erfolgreich gewesen. Und jetzt kriegt jeder außer er und der Angegriffene einen Schaden. dass er denn die blocken den. Okay, ja. Ja, ich bin dann tot. Damit hat Christian mich aber auch getötet und er darf drei Karten ziehen. Ja, ich blocke nicht. Was passiert mit meinen Karten? Ey, kommt mal abgelegt. Also hier. Ihr wisst ja eh alle, was ich hab. Peter, bist du denn überhaupt Pirat? Achso, ja, ich bin Pirat. Ach krass, Peter ist Pirat. Ich hätte es ja nicht gedacht. Und Peter, wieso haben wir denn so viel Pech? Wir haben einfach auch blöde Rollen bekommen für unsere Sachen, finde ich. Eine finde ich gar nicht schlecht. Jace ist der Fall gleich. Jace hat mir aber nicht viel gebracht, leider. Du hättest die Toten wiederbeleben können. Peter hat es gezogen von all den Angriffen. Jummi, Mommi, 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 Nommi. Benutzt die Münzen und beschmeißt Sepp, weil er dazu gerne mag mit Geld. Geil! Attack hast du aber schon gespielt, oder nicht? Ja, stimmt. You can use this card as Attack Card. Du hast eine Attack Card schon gespielt. Ach, das geht dann nicht? Nee. Da du machst dich wieder die Regeln. Ey, komm! Nee, dann kann ich ja drüber abschieben. Ja, verstehe, aber auch so. Achso. Du kannst kein Leben kriegen. Doch. Nein, kann er nicht. Nein, wegen dem Schiff. Wegen dem Schiff. Was machst du dann mit der Karte? Kannst du wieder verfluchte Münzen, ja? Kannst du wieder aufheben? Das Geld kann wirklich gar nichts. Alles Arsch hier, ey. Dann legen wir mal ab. Ich würde so greifst da, du, an. Eins. Oh. So. Keine habe ich überhaupt. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, drei Karten. Muss ich noch weglegen. Scheiße. Legen wir die noch weg. Das ist ja echt eine gute Ausrüstung, da liegen. Ja, und dann nehmen wir noch... ...die hier. Und, und dann die. Alter, wie viele Blockkarten du abnimmst. Das ist unglaublich. Ja. Ich habe bisher nicht so viel getan. Bist du fertig, Christian? Ja, ich bin fertig, glaube ich. Du bist ja auch neutral. Du hast die Bombe vergessen, Darlou. Äh, das war die erste. Kannst du jetzt neu machen. Wenn ihr das alle gesehen habt, das war die erste. Ich habe noch nicht drunter geguckt. Achso, okay. Die Peak ist schlecht, ne? Ja, Peak ist schlecht. Peak ist noch ein mehr. Da, Loh. Ja? Der hat mich an der... Das war schon ein bisschen witzig jetzt. ...an der blöden Buggy Ball-Bombe. Viel Schaden, ey. Buggy Ball hat Spaß. Und eine ganze Runde. Ähm. Ich... Ich kann gleich gar keinen angreifen. Ich klaue diese Karte von Christian. Wenn selbst die Bombe hochgeht, äh, kriege ich keinen Damage dadurch. Kriege ich da keinen Schaden, ja. Ja, ist korrekt. Falls sie so lange noch bei dir liegen bleibt. Ich will auch mal so Klock hatten. Und, äh, Christian remove diese Schutzkarte. Mhm. Wollte jetzt eigentlich Jay besser die, die Distance wegnehmen können, dann hätte ich ihn wenigstens angreifen können. Hm. Vielleicht du ziehst ja jetzt. Du ziehst ja jetzt. Du ziehst ja jetzt noch. Ich bin übrigens dein Freund da, du. Äh, ja, du bist dran. Sepp. Ja, du darfst dich nicht anzeigen. Eins, zwei. Äh, ich glaube, ich glaube, Sepp ist der, Sepp ist der Traitor und Christian ist der Pirat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ui. Ähm. Okay, die eine Karte ist ein bisschen Mongo, aber ich darf drei Karten ziehen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt wird gespielt, ähm. Wenn du irgendwann eine Stilkarte... Okay, ich kann nochmal drei Karten ziehen. Kannst du nicht. Du hast dieselbe Karte nur einmal produziert. Achso. Na, dann tut mir das leid. Das ist eine Tech-Karte, die du hier gezogen hast, oder? Wo habt ihr die denn jetzt hergeholt? Ja, die lag hier oben, die habe ich gerade aufgeholt. Ähm, wenn du eine Stilkarte hast... Habe ich nicht. Nicht später. Und die Bombe ist weg von mir, dann klau mir das Schiff. Ja. Okay, ähm, jetzt kann ich zumindest so halbwegs blocken. Ähm. Mach ich noch... Ich habe drei Leben noch. Das heißt, ich werde mich um einen heilen. Und ich vier Karten behalten. Und ich... Der hat immer noch eine Attack-Karte, ne? Oder hat er gerade angegriffen? Der hat mich doch eben angegriffen. Er hatte doch fünf Leben. Jetzt soll ich nur noch vier. Selbst angegriffen. Soll ich da... Soll ich Jay angreifen, Dalu? Riskiere es, oder? Sonst kommen wir, glaube ich, nicht mehr weit. Aber ich... Ich riskiere, Jay anzugreifen. Duell! Okay. Das heißt, ich muss eine Attack-Karte spielen, ne? Ja. Kann ich nicht. Geh den Scharr an. Und geht meine Ente weg. Aha, siehste. Guck mal, das ist voll gut. Warte mal, ich konnte doch Jay gar nicht angreifen. Wieso nicht? Duell schon. Duell ist egal. Ah, okay. Das war der andere jetzt. Ja, okay. Dann ist gut, dann ist ja alles richtig. Stimmt, die Ente ist dadurch abgehauen. Dann ist Jay dran. Und Christian kann gleich Jay richtig hart absnacken, wenn er Glück hat. Dann kriegt Christian wieder 3-Karten. Ja, ja, das ist was ich. Dann gewinnt ihr doch das Spiel, oder nicht? Ich sage mal so, ich... Du bist doch noch da, oder? Du bist doch noch da, oder? Müssen wir dich auch noch töten? Müssen wir nur die Piraten töten, oder alle Feinde? Wir müssen alle natürlich töten. Okay. Ich muss mich mal ein bisschen auf Distanz setzen. Nice, Jay. Du treffst wieder die Ente. Die Ente ist... Das ist doch nicht wahr. Er kann sich um 2 noch heilen. Okay, er kann... Wir geben auf, Sepp. Ich kann nichts machen. Nächster. Kann man Equipment... Habe ich hier irgendwie eine Bombe oder so eine Scheiße? Nee, ne? Kann man Equipment ablegen, ohne Neues zu spielen? Also kann ich mein Schwert ablegen, ohne ein anderes Schwert auszuspielen? Ich würde jetzt sagen, nein. Du bist doch gar nicht dran. Ja, wenn ich dran bin. Was willst du machen? Warum willst du das einfach noch wegschmeißen? Geht es oder geht es nicht? Glaube nicht. Wird das nicht ersetzt? Es wird ersetzt, wenn ich was Neues spiele. Aber was, wenn ich was weglegen möchte? Das hatten wir noch nicht. Also es gibt eine Situation, wo... Ne, die Bombe ist ja klar, dass das nicht geht. Das sollte ja klar sein. Es ist halt eine Frage, die geklärt werden muss, weil es hat einen strategischen Grund. Ich weiß nicht, was dagegen spricht, sich seiner Waffen zu entledigen. Um ehrlich zu sein. Es ist halt, ne, wenn das jeder so sieht, das ist halt die Sache, die mich interessiert. Da ist auch kein Problem drin. Okay. Ja. Alter, Finne. Warte mal. Ich muss gerade ein bisschen lesen. So, was mache ich mir überhaupt gerade für Sorgen? Solange ich das Schiff hat, kriege ich nicht mehr Schaden. Ja. Aber es gäbe eine Situation, wo es Sinn machen würde, es abzulegen. Choose a player. He discards his head card. Da nur Sepp die hat, tut er die mal weg. Was legt man ab? Man legt seine Kopfkarte ab. Ah, die. Okay. Und du ziehst danach bei der Runde, das danach dann wie ein... Genau, und du musst ein Herz ziehen, ansonsten ist deine Runde wieder vorbei. Lol, die ist ja doppelstark. Discards his card after two turns. Du hast sie zwei Runden lang. Oh. Krass. Oh, nice. Okay, dann heißt, wir können jetzt hier richtig geile Scheiße machen. Jetzt können wir ja nicht diesen Counter hier rausholen. Komm. So. Man sieht, dass das Ding zwei Counter hat. Ähm. Ja, Dalu, ich bin einfach... Warum lässt du dir die Handschellen anlegen? Du gehörst doch zur Marine. Peter ist weg. Du hast das nicht verstanden, Seth. Peter ist rausgeflogen. Alles klar. Peter ist raus. Peter ist raus. Du musst doch den Leuten Handschellen anbringen. Der jetzt, wo ich gerade Yomi-Nomi-Nomi spielen wollte. So, Christian, hau rein. Ähm... Time's out. Dann attack ich Sepp. Äh, krieg ich einen Schaden? Mhm. Du bist gleich weg. Quatsch. Moment, wir nur einen Schaden, Chris. Kriegen Jay und Dalu blocken. Nö, ich nicht. Ich kriege keinen Schaden. Wer kriegt den Schaden? Ich block nicht, krieg ich trotzdem keinen Schaden. ...angegriffen werden wie der... Mh, böse. Und Dali. Natürlich bin ich gleich Dali. Boah, das ist doch so kacke, ey. Dass man dann trotzdem einen attackiert. Scheiß-Bazooka, ey. Dafür hat die Bazooka halt keine Range. Ja. Nervt trotzdem hammerhart. Ja. Äh, du konntest Sepp auch nicht angreifen beim nächsten Mal. Du kommst an Sepp gar nicht ran. Nö, hat er nicht. Aber du hast keine. Ich hab keine. Du kommst nur an Jay oder mich ran. Überhaupt. Oh, lol. Okay, alles wieder zurück. Nein, ist passiert. Kann man nix machen. Ist fertig, Christian? Ja. Ach, sowas ist ein bisschen nett. Auch bei völlig krassen Fehlentscheidungen? Ja. Ja. Wir haben das so die ganze Zeit gespielt. Ja, aber eher im positiven Sinne für den Spieler selber. Bombe, 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 Bombe. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Dalu. Such dir eine davon aus. Okay. Der Zufall ist so, so das Ungegeben. Wie hast du ausgesucht? Yes! Ja gut, passiert nix. Ich krieg keinen Schaden. Doch, es gibt drei Charges. Nein. Krieg ich aber nicht. Scheiße, ich kriege den Charges weg. Deswegen war das gar nicht so gut. Oh, ich hab mich auch schon gefreut. Und des Weiteren hätte ich auch den Schaden der Bombe blocken können. Ich kann jeden Schaden blocken mit einer Blockkarte. Voll geil. Also die Bombe ist bei mir ganz gut aufgehoben. Was machst du denn eigentlich gerade? Ach, du hast den Markt gespielt. Den Markt hab ich gespielt. Okay, pass auf. Hast du vorher drei Karten gezogen, Dalu? Zwei nur noch. Hab ein anderes Schiff. Achso. Pass auf, Seb. Wie machen wir das? Wir sind ja als erstes dran, ja? Nimmst du die... Ich finde, man hat jetzt nur noch 30 Sekunden Zeit oder so. Ja, dann... Okay, ich nehm den. Was soll ich nehmen? Ich würde die Steel-Karte nehmen an deiner Stelle. Und den beklauen? Ja, egal. Du kannst ja warten, bis irgendwer was ausspielt. Die haben ja das Schiff dann. Das Schiff kannst du ja dann irgendwann wegnehmen. Ja, oder ich nehm... Achso. Wenn du das Schiff nimmst, nehmen sie dir das Schiff weg. Ja, das stimmt. Nein. Du musst halt so rumspielen. Krieg schon wieder den Dreck, der runterfällt. Hast du ne Angriffskarte noch, Seb? Ja, keine Ahnung. Ja, macht halt nur Sinn, dass du das Schiff nimmst. Ja, macht's halt auch. Nein, Dalu. Du hast keine Angriffskarte? Nein. Dann hätte die Angriffskarte... Das konnte ich vorhin ja nicht mehr angreifen. Jetzt ist es zu late. Aber dadurch, dass wir so viele Lebenspunkte haben oder so, geht's echt langer. Ich leg eine Karte ab. Was spielst du denn dann noch? Seb, es geht nicht anders. Ja, dann mach halt. Ich muss jeden angreifen. Dann mach halt. Ich muss ne Angriffskarte spielen, um zu blocken. Dann block' ich mal. Schaden. Oh, 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 oh. Ja, ja. Du musst jetzt irgendwie aus dem Gefängnis rauskommen. Was soll ich machen? Das Gefängnis zuerst, Seb. Ja, wenn ich da nicht rauskomme, bin ich tot. Ich hab immer meine schöne Hitze geklaut. Und die ganze Zeit wird über Schaden gegangen. Und Herz ist so selten. Fuck it, ey. So, was muss er jetzt nehmen? Herz. Herz ist gut für ihn. Yes. Alles nicht. Ich bin tot. Noch nicht, oder? So, ich werde sterben. Christian macht mich irgendwie... Christian kann dich nicht angreifen. Ich kann dich nicht angreifen. Ja, hat er ja aber ja schon. Richtig, richtig? Du bist dran. Ja, du bist dran, Seb. Du musst doch Hammer hat. Auf Toilette. Was, ich sterb hier wegen der Beschreibung. Okay. Ich spiel jetzt erst mal hier die Scheiße raus. Dittschiffchen. Oder? Warte mal. Weißt du, in der nächsten Runde bin ich dann auch wieder nicht dran, ey. Außer du siehst Herz. Dalu, die ist super selten. Peter hat die kein Mal gezogen. War nicht gerade, wo Jell den Nachteil sieht, das Schiff zu spielen. Äh, ich könnte die klauen, wenn ich Herz kriege. Du bist gar nicht dran. Ja, keine Ahnung, was der denkt. What? Wird das Einzige. Okay. Ach, der hat gelesen. Das ist lustig. Das ist lustig. Nehmen wir nochmal das hier. Und dann rüstig das hier. Erklärer, du hast drei Range. Und wenn ich halt einen attacke, kann ich eine Karte abwerfen lassen. Auf his choice. Also wenn du jemanden haust, dann muss der eine Karte abwerfen. Genau, die ich will. Nein. Auf his choice. Auf his choice. Ja, er entscheidet. Achso, that's clear. Ja, of course. Hey, Peter! Peter! So, das oder das? Bin gleich tot, Peter. Wer ist gleich tot? Keiner. Peter, ich leb noch. Das ist schon mal schön zu hören. So, jetzt kann ich jemanden angreifen, ne? Ich... Puff! Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Dankeschön. Dallu kriegt keinen Schaden. Ja. Aber wenn die Attack-Card hittet, dann kriegt er trotzdem eine Waffe, er muss seine Karte ablegen. Wieso? Ja, dann muss er eine Karte ablegen. Das stimmt schon, aber der verliert halt kein Leben. Ja... Er verliert höchste Karte. Ach komm, weißt du, weil ich greif Sepp an. Du hast doch Duell-Karten. Moment, wenn Jay Attack-Karten, die Duell-Karten erreichen, jeden, ne? Ja, klar. Ja. Das heißt... Ich greif trotzdem Sepp an. Mit Attack oder Duell? Diese Karte in der Mitte soll weg. Ich darf die aussuchen. Ja, stimmt. Ich vergesse. Ey! Willst du nicht blocken? Achso, den kann ich ja offenlegen. Den musst du sogar offenlegen. Ja, das halt. Ja, da ist der Nächste dran. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei. Oh, da liegen nur noch zwei Karten. Ich misch die hier mal eben. Boah, diese Handschellen sind so assi. Oh, stimmt. Jetzt seh ich's erst. Oh, die haben sich Sepp ein bisschen eingegrenzt. Ich bin einfach richtig raus aus dem Spiel. Zwei Runden sind ja ewig. Und noch eine. Jay spielt jetzt ein bisschen mit Christian zusammen, hm? Ja, ja. Müssen wir, ja. Na ja, solange Christian richtig tötet, keine Ahnung, Christian kann mich auch einfach töten. Wenn er will. Wird's hart. So zwei Distanz. Ja, aber es wird hart. Schön. Erst muss Sepp weg, dann muss ich weg. Genau. Aus Christians Sicht. Ja, ich kann da nur nicht angreifen. Ähm, ich greife Sepp an. Spielt grad alles für... Ich bin tot. Das, ja. Kannst du nicht nicht noch heilen, wenn du down bist. Ich bin tot. Bist du der Pirat? Ja. Oh, du bist Marine. Äh, Jay, du musst ne Blockkarte spielen. Was macht ihr da für komische Sachen? Ach, das ist der neue Stapel. Jay, du musst ne Blockkarte spielen. Ach, sonst... Bazooka. Bazooka. Ich bin Pirat. Oh, Dalu, Mann, ich hätte gerne noch mehr geholfen. Ja, ich hab noch was, um dir zu helfen gehabt, aber das hat uns keinen Sinn gemacht. Ich hätte dich um sechs Leben heilen können, aber alle anderen auch. Oh, die sind super, super. Schon wieder da, Jay, Jay. Ja, aber das hätte ich jetzt gemacht, wenn du jetzt nicht gestorben wärst, hätte ich dich jetzt um sechs geheilt. Das ist ja noch schlimmer jetzt, weil Dalu halt keinen Schaden kriegt. Das wäre geil gewesen. Äh, ja, da ist nämlich das Problem. Halt mich um einen. Ach, tu mal drauf. Äh, ist ja scheißegal. Ach so, Assi, ey. Ei, ei, ei. Ja, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, fünf, sechs, eins, zwei, vier, sieben. Den überlebt immer lange bei diesem Spiel. Hm. Auf jeden ist ja auch keiner am Anfang gegangen. Die kommt weg. Fertig? Ja. Hoffe ich nicht. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins. Ich hab schon wieder so viel Fehler in diesem Fickspiel gemacht. Ich wechsle die Waffen. Hättest du mich eigentlich nochmal angreifen können, Christian? Äh, wir attackieren, wir duellieren uns, du fängst an. Vielleicht noch eine Runde gelebt. Ich krieg keinen Schaden. Wie soll ich das denn überhaupt gewinnen, wenn der Junge nie Schaden bekommt? Muss man mir die Karte klauen. Ja. Oder kaputt machen. Äh, ja, ich kann nicht. Das ist auch schade. WTF, äh. Ja, du bist Christian. Juhu. Eins. Zwei. Sieht leider echt gut für Christian aus. Ja, richtig gut. Ja, er sieht es echt. Nichts mal andersrum. Ne, wie soll ich ihn mehr attackieren? Ja, Christian hat einen deutlichen Vorteil. Mehr Leben, mehr Karten. Er muss ja nur einmal die Karte ziehen, die er braucht. Oh, warte, warte, warte. Das ist ja einfach. Darf ich jetzt nicht wieder Fehler machen? Die gibt es ja auch häufig genug. Richtig, er muss mir nur einmal was klauen. Schau mich, ja, was? Sack. Ja, ich tu die mal weg. Und dann stehle ich dir dein Schiff. Siehst du? Hm. Okay. Es scheint fuchslos. Pass auf, jetzt kommt Dalle sofort. Ja, warum sollte es nicht funktionieren? Ja, weiß ich nicht. Ah, sag mir nochmal eine geheimen Fangkarte. Keine Ahnung. Wie ich verdeckt aufgelegt habe. Das Schiff hängt leider eine Manker. Jetzt sieht es sehr schlecht aus für Dalle. Das sah es ja auch schon vorher. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis er die zieht. Die muss ich eh spielen. Äh, ich mach ihn jetzt. Ich mach ihn jetzt. Immer drei Karten. Ach du Scheiße. Ach so, nochmal drei Karten. Ach ja. Was kann er nicht? Das ist ja weg. Alter. Okay. Ich mach das mal fairer für euch, damit ihr besser drankommt. Ja, genau. Dankeschön. Ja, der Ablagestapel, der müsste am besten für uns so gedreht werden, damit wir sie leichter drauflegen können. Hm. Kann nicht wahr sein. Wobei? What denn? Was machst du denn jetzt noch? Mann, ich war eine Scheiße auf der Hand, aber das ist der Wahnsinn. Ja, ähm, warte. Ich attackiere dich. Ach. Ja, gut. Ja, krieg ich. Sicher? Ja, krieg. Wenn du mich attackierst, krieg ich einen Schaden. Krieg ich. Sicher? So, dann ist die schon mal weg. Wir verlieren mal ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben Karten hab ich, ja, super. Dann kann ich ja die hier schon mal ablegen, ja? Darf ich, ja, die kannst du auch spielen. Ja. Ich kann die auch ausspielen, sonst knollert du dich. Sehr nett von dir, sind die in dir. Moment, Moment. Äh, Christian kriegt auch Schaden. So legst du die denn einfach ab? Christian kriegt Schaden. Aus welchem Grund? Wir spielen doch mit Forcen. Ja, er steht except of the Admiral. Okay, also dann würde ich da noch angreifen. Achso, Christian hat auch das Schaden. Ah, ich hab das Schiff. Also, das funktioniert halt nicht. Und er selber greift sich auch nicht an, glaube ich. Er hat das, ja. Ähm. Okay. Ja. Sechs Karten, sechs Leben. Ja, hallo. Ich bin dran. Bitteschön. Nice. Als erstes heile ich jeden um drei Leben. Ah, das ist ja schön. Oh, falscher Tigger. T-Bomben. Dich natürlich nicht, ne? Du kriegst ja nichts. Doch, Kloch. Ich krieg's von mir. Du hast das Schiff. Nein, du hast das Schiff. Du kriegst halt gar nichts von mir. Oh Gott. Äh. Alter, ey. Ja, und jetzt kann ich nichts machen. Ja, das ist richtig übel. Alter, das ist so nicht normal. Du bist dran, Christian. Juhu. Moment, kommt die Karte nicht weg? Ja, klar, kommt weg. Sonst muss ich halt wieder so lange Karten ziehen, bis ich ihm das Schiff klappt. Ja. Alter, fahrt. Oh. Das ist okay. Interessant. Das ist okay. Interessant. Hm. Scheiß halt auch mal. Wenn du play this card, you can play as many attack cards as you want. Okay, du buffst dich jetzt einmal. Das heißt, ich kann jetzt so viele Attack-Cards spielen, wie ich möchte. Die Runde schon. Dann spielen wir erstmal, nee, Moment, die nicht. Jetzt spielen wir hier die eine Attack-Carde erstmal. Okay. Den nimmt er noch. Okay. Spiele ich noch eine. Äh, okay. Hallo. Ich häng noch. Ich häng noch eine. Äh, nein. Wie viele Attack-Cards hat er hat? Ja, nee, okay. Du kannst mir keine zwei abziehen. Noch eine? Naja, nee, nee. Und noch eine Uhr hast du nicht. Ja, sicher? Nee, nee, nee. Du hast nur eine Uhr. Da ist nichts mehr zu holen. Alter. Du hast keine Uhr mehr. Ich hab tatsächlich keine Uhr mehr. Aber drei Schaden ist schon krass. Aber drei Schaden ist schon böse gewesen. Äh, ja. Ich bin fertig. Okay. Guck, ob du klauen kannst. Äh, ich heile uns alle um drei Leben. Ja. So ein Zufall aber auch. Da bin ich wieder. Nice da, Lu. Back in Business. Muss ich nur noch klauen können. Ach, Christian kann ja nichts dazu bekommen. Okay. Ja, ja. Oh. Ich heile mich um eins. Auch nicht verkehrt. So, und ich kann nichts tun. Das ist nicht okay. Ja, ich kann ja nichts machen. Ich hab, ich hab zwar 100 Möglichkeiten hier anzugreifen. Aber, kann ja halt nicht spielen. Bringt auch nichts. Äh. Ja. Ganz schön assi, ey. Was macht das eigentlich? Wenn ich dich haue, verlierst du ne Karte. Krasser Scheiß. Die DJ vorhin hat er. Ne Waffe. Ich hab schon ne Waffe, oder? Nein, ich hab schon ne Waffe. Der Besucher bringt dir aber nix. Genau, die bringt mir nämlich nix mehr. Deswegen leg ich die mal ab. Klau dir deine Waffe. Ach, und der kann dir auch noch klauen. Boah, eigentlich müsstest du das Ziel auf der Hand behalten, damit er dir das nicht ziehen kann. Ja, kann ich ja eh nicht. Wir müssen 77 Karten ziehen. Ja, also, solange wollte ich jetzt hier auch nicht, äh. Also ab jetzt gibt's keinen Stil mehr. Also das war's. Ich checke dich. Es gibt ja nicht nur einen Stil, oder? Zwei. Hat er beide gespielt, sind beide hier drin. Es gibt aber noch Vernichten. Block ich dann. Aber davon gibt's auch nur zwei. Ich weiß nicht, wie viele davon schon raus sind. Alter. Ich bin fertig. Wird wieder durch die Bombe gemacht, oder so. Ich spiel meinen Hund. Was macht der denn? Wenn du mich angreifst, kann ich den Leben klauen. Geil. Deswegen spiel ich auch keine Karte. Aha. Das heißt, du bist fertig. Ja. Okay. Ich mal drei. Aber du kannst mir leider keine Leben klauen. Alleine kannst du schon gar nichts machen, ey. Das ist schon super. Ja, er zieht halt einfach extrem. Ja, er outzieht. Im 101 ist der Freaky einfach viel stärker. Was? Der macht nix mit dem Lifestyle. Der Lasso, ja, geht ja eh nicht mit dem Schiff. Ähm. Choose a player, remove a card. Oh, das hat er auch. Und dann auch noch. Ja, ich weiß eh nicht, welche du rummast. Ich weiß, du sortierst die gerne mal. Wer ist jetzt? Oh, mal. Das weg. Das geht nicht, ähm. Ja. Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Fertig. Wann ist dran. Was machen wir? Zergen wir? Also willst du mich runterzergen? Wahrscheinlich. Ich kann einfach nix tun. Und... Ja, ich kann nix machen. Du bist. Pff. Alter. Also will ich... Oh, dat ist wie Monopoly hier, ey. Ich muss seit 20 Minuten verletzen. Wer vom Tisch aufsteht, hat verloren, ne? Ja. Äh, Alter, wie viel Distanz hast du denn? Nicht viel. Das Ding ist nur, ich seh dich näher dran. Ich bin nicht weiter weg von dir. Ich hab plus ein Distanz. Aha. Du kommst so oder so an mich ran. Ja. Ja, das ist richtig. Äh, leg mal ne Karte ab. Du musst das machen. Wenn ich mir einen aussuchen könnte, würde ich natürlich die schlechteste nehmen. Der Ball. Den hätt ich gerne. Den könntest du gut gebrauchen. Eins, zwei, drei, sechs Leben. Ich hab wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben, acht Karten. Ach du Scheiße. Ja, super. Ähm, achso, komm, hier, da hab ich eh noch. Range. Alter, Range. Lockkarte. Aber ist da, ist da nur dran. Komm, jetzt gib mir mal wenigstens die Handcuffs. Ich will doch nur attackieren. Alles klar. Ihr seid alle zurück. Oh nein. Der shit wieder dabei. So, warte mal, ihr Pirate. Eure Rollenkarte. Pirate. Kann ich jetzt kurz auf Toilette gehen, während ihr das da? Ja, mach da mal. Peter, wo bleibst du? Du bist back im Business. Peter. Peter. Der kommt zurück. So, was macht das jetzt genau? Ich bin am Stadion. Ihr kriegt nur random Rollenkarte und ein Leben jeder. Wie viele Karten kriegen wir denn? Warte mal, die Rollenkarte müssen wir dann alle wieder da drunterlegen. Wenn du kriegst ja zwei gleich. Rollenkarten sind schon da. Kriegen wir neue Hero auch? Nein. Nein, Rollenkarten werden auch neu gezogen. Shuffle Rollkarts. Ja, das sind nur die drei. Wer jetzt Admiral von euch ist, ist random. Nicht Helden, nicht Klassenkarten. Aber die... Roll ist das hier. Das ist die Rolle. Rolle ist schon geshuffelt. Also, ich würde sagen, dann darf Peter anfangen in der Reihenfolge. Ja, warte mal, aber da steht, the returning player takes one random Rollcard. Ja, das ist die Rollcard und die kriegst du random. Rolle ist halt Admirat oder Pirat. Achso, die Bar... Achso, das war halt noch. Okay, Sepp, hier. Nimm die nächste. Gezogen. Jetzt bin ich dran. Warte, ich muss gucken. Peter, ich hoffe... Dalu, ich bin jetzt dein Freund. Dalu, ich bin jetzt dein Freund. Peter, wir töten die alle. Wir töten die alle. Komm, Jey. Ich brauch dich jetzt. Hey, wir machen das. Kriege ich denn überhaupt Karten oder so? Nein, du bist ja durchdraht. Geil, du bist ja durchdraht. Ich muss jetzt... Ich muss jetzt... Ich komm jetzt wieder zurück, aber ich bin... Komm gar nicht mehr dran. Ich bin Pirat. Ähm... Sepp, wir sind jetzt ein Team. Okay. Wer ist denn dran? Wir sind jetzt unsere besten Buddies. Okay. Kriegen auch keine Handkarten, was? Voll verrückt, ey. Nee, haben wir nicht. Ich dueliere mich mit Peter. Ich hab doch nichts! Für die grüße Karten. Peter, du stirbst wieder. Alter. Was, bist du Pirat, oder? Jawohl, drei Karten für mich hat sich schon mal gelohnt. Fickt euch doch alle. Zieht Peter seine Fähigkeiten nicht? Ey, kann ich da nicht meine Zfähigkeit ziehen? Du hast Peter jetzt zurückgerufen. Der ist von irgendwo angelaufen. Ja! Christian bekommt die Handcups. Genau sieht das aus. Ich bin sofort... Yes, ey. Ich bin im Spiel. Ich kann gewinnen. Pass auf. Ich heile Jay um eins. Yes! Jay, du kriegst ein Leben. Yes! Ich greife... Ich greife... Ich greife alle an. Lol. Jeder muss eine Tankkarte spielen. Der hat echt Lopper, die Festa. Ich bin tot. Er ist auf, wie ich sie wieder drei Karten. Wir sind im Business. So wird das Spiel gespielt. Wie geil. Du bist so warm. Ich geh schon. Weißt du, nach einer Stunde einfach nur so ein Ding raushauen. Ich kann ihm doch auch nicht spielen. Ich entquippe das Schilf und krieg jetzt auch keinen Schaden mehr. Er greift jetzt nur mich an. Quatsch. Du bist doch dran jetzt. Ja, wow. Okay, ich ziehe jetzt zwei Karten. Okay. Du bist jetzt dran. Komm, Jay. Hey. Komm schon. Er ist ja eh gehandkafft. Wir machen das noch. Noch bin ich nicht gehandkafft. Das ist richtig assi. Doch. Klar bist du gehandkafft. Oh, hier. Meine Rolle kommt nach unten. Ja. Oh, schau. Boah, jetzt bin ich echt wieder hier. Ich bin gespannt. Jawohl. Ich bin mal drauf. Jawohl. So, hier drei. Wieder zwei Leben. Gut, dass ich fair aus. Yes. Choose a player. Remove a card. Ich will die mal sagen. Ich würde gerne die Thousand Sunny haben. Die will ich berufen. Das gibt's doch nicht. Wie krass. Wie krass, Alter. Wir sind wieder da. Handcuffs werden jetzt gespielt. Ja. Herz. Ist Herz. Was? Er ist frei. Oh nein. Oh nein. Das kann ich sagen. Jetzt bin ich tot. Aber es hat sich schon gelohnt. Das war... Was the fuck ist passiert hier? Alter. Tut mir leid, Peter, dass du so kurz wieder da warst. Sepp ja auch. Ja, Sepp auch du. Du warst ja mein Kollege. Ich war auch los zum Baten hier. Ja, ja, ja. Was kann ich jetzt erwarten? Ich muss dich doch auffassen hier richtig hart. Okay. Ich kann mich angreifen. Muss ich die Karte abwerfen. Das ist so schrecklich. So. Okay. Das gibt's nicht, ey. Wie geil war der Zug denn? Vor allem hast du dann auch noch die perfekten Karten, um halt alle anderen dann wieder auszulöschen. Vor allem du kannst jetzt... Du hast jetzt auch noch die Thousand Sunny Wars zu dir angezogen. Die hatte ich auch gezogen. Also ich habe sechs Karten gezogen. Ja, komm, jetzt tötet der mich halt einfach so. Sag, ich bin zuerst gleich betont. Oh, ich bin Marieke. Vielleicht sehen wir uns doch mal wieder, Jay. Bis später. Wow, Alter. Was war das für eine Scheiße. Komm da, du. Jetzt müssen wir... Ich möchte dich verlieren. Selbst der blöde Pirat. Ach, der hat die auch noch? Das ist der andere. Alter, jetzt darf der vier Karten ziehen. Alter, ich raste aus. Fünf. Fünf? Warum fünf? Oder fünf? Ach so, eine Karte ist das noch. Ja, alles klar. Eine Karte, ja. Ähm. Fünf wäre auch krass. Warte mal. Sieben, drei, vier, vier, fünf, sechs, fünf, 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 fünf. Ja, das ist doch ganz schön. Dann kann ich mich ja endlich mal heilen. Boah, dieses Spiel wird einfach nur tausend Stunden gehen, ey. Secret Hitler dachte ich, ging lang. Ich blätter einfach mal in meinem Buch hier. Ich will einfach wieder 30 Stunden rendern. Ich blätter ein bisschen in meinem Buch. Ich finde das mega spannend. Jetzt ist das Fickschilf weg. Ja, klar ist das mega spannend. Ich gucke ja auch dazu, aber das Fickschilf ist auch weg. Oh Gott. Okay. Ich duelliere mich mit dir. Ja, ja, ja. Ja, er geht durch. Dann musst du einen weglegen. Ähm, alle Spieler müssen blocken. Du musst eine Tag-Karte spielen, um es zu blocken. Ja. Ich hätte doch eben, weißt du, ich habe wieder keine Tag-Karten gezogen. Das ist doch Arsch. Ich attackiere dich ganz normal. Kannst du blocken. Ja, wird geblockt. Wir haben ja nur Block-Karten. Und... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh... Ne, da mache ich nichts. Du. Ja, du. Du weißt mich nochmal. Ich versuch's, ey. Aber wer kommt dann? Vielleicht ist es dann Peter. Ja. Oh, das ist schön. Das ist nicht schön. Das ist auch nicht schön. Pfff. Äh, ja. Zwei Karten ziehen und zwei... Och, die ist echt gut. Also die Karte ist echt super. Plus zwei Heilen, plus zwei Karten. Ja, bringt mir trotzdem nichts. Ich kann halt nichts machen. Doch. Ich kann dir dein Schiff removen. Alter, jetzt ist es endlich wieder unentschieden hier. Meine Fresse, ey. Alter, es geht hier hin und her. Das ist unglaublich. Dann wird direkt mal attacked. Das ist ja nicht normal. Ja, block ich. Okay. Das ist schön, um gekillt zu werden. Vier, fünf, sechs, sieben Schiss unterbrochen. Ja, guck mal, da kann ich mich nochmal... Moment, wie hattest du denn gerade... Achso, ich frage mich, wie viel Leben bekämpft. Oh, Peter, ey. Musst du abschneiden, oder was? Peter, wie oft musst du eigentlich wieder pro Tag? Was ist denn heute wieder los? Es ist warm. Da geht bei Peter... Da geht die Verdauung an, bei Peter. Ist doch erst das zweite Mal, ist doch easy game. Wenn du mitzählst. Das zweite Mal, innerhalb von zwei Stunden. Oder so. Nee, nee. Guck mal, wie lange wir hier schon spielen. Der Snob hat harte Verdauung, auf jeden Fall. Achso. Nee, ich bin fertig. Wie viel Leben hast du denn jetzt? Acht, Alter. Voll mit Leben. Ja, geht nicht. Wo ist eigentlich meine Dingskarte? Hab ich dir geklaut? Achta. Tschau, wir tunieren uns. Ja, es gibt aktuell kein Schiff, ne? Nein, beide haben sich die weggeballert. Keiner hat mehr ein Schiff. Der hat mir meins weggeballert, aus Totenreich. Ja, weil ich keiner mal rede soll. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich bin fertig. Und ich bin fertig. Das ist auf jeden Fall bislang der lustigste, ein lustigste Bonus von allen lustigsten Karten. Auf jeden Fall. Also es ist ja so viel Bullshit passiert. Es ist tatsächlich am besten. Weil es so viel crazy shit passiert. Oh, es kann doch nicht euer Ernst sein. Wie viele Karten noch, bis der Stapel gedreht? Für 40. Scheiße. Das Problem, Christian, von dir ist, du hast keine Tag-Karten, oder was? Ja, nee, nicht wirklich. Wirklich? Okay. Was für die hier? Damit tagge ich mal eine Runde. Ja, die beiden nehme ich. Okay. Du wirst immer sagen, die beiden nehme ich. So eine Bullshit. Bräutiger Pirat, ey, du bist tot. Halt die Klappe. Okay. Du bist auch tot. Du bist, du warst mal mein Maid, ja? Aber tolle Marine, Soldaten dürfen noch reden. Achso. Nicht wahr, Peter. Steht in den Regeln. Du bist dran. Und ist das denn schon wieder? Oh nein, jetzt hat er einen Schutz und acht Leben, ey. Ja, wobei der Schutz ja nur einmalig ist. Siehe, drei Karten. Ach, komm, jetzt. Schiff, Schiff, Schiff. Brauchen ein Schiff. Das ist doch wohl nicht mehr als ein Schiff, oder? Doch, auf jeden Fall mehr als ein Schiff. Oh, Attack oder Attack? Ja, ich setze mich auf meine Ente. Da kommt er nicht dran jetzt. Er hat keine Range, er hat eine Range nur. Ja, das stehe ich wenigstens gut. Ne, doch, er hat zwei Range, du hast zwei Distance, das heißt, er hat drei Range. Ne, zwei Range. Er kommt. Er hat drei Distance, stimmt, du hast drei Distance und er hat zwei Range. Er kommt nicht ran. Ja, stimmt. Er hat zwei Range. Er hat zwei Range. Ja, dann kommt er auch nicht ran. Ein zu wenig, ja. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Oh, ich will wieder Winter haben. Brummel wohl. Vielleicht haben wir das doch in dieser Folge. Kriege ich jetzt zwei Schaden oder nicht? Achso. Du kannst es blocken. Denn die Frage ist, kriege ich zwei Damage oder nicht? Warum denn zwei? Wegen dem. Nein, du willst gar kein Damage haben, damit die Distanz bleibt. Mach einen Block. Ja, die Frage, okay, rein theoretische Frage. Trifft er mich mit was anderem außer einem Attack, kriege ich zwei Damage oder nicht? Attack of players, you gain one Damage. Ja. Meiner Meinung nach, ja. Ja, es ist ein Attack. Das ist ein Snuppert gesprochen. Also kriege ich zwei Schaden. Ja. Okay, block ich aber. Wow. Es ging doch nur darum, ob ich trotzdem zwei Schaden bekomme. Ich hätte gesagt, zwei Schaden. Es ist so warm. Ja, es ist ganz angenehm. Was macht er jetzt? Ach du Kacke. Das ist nicht so schlimm. Nee. Achso, doch, du ziehst mich näher ran jetzt, ne? Ja, ja. Zwei näher. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Dann kommt doch die Ente wieder weg. Die Ente ist weg. Die tofe Ente haut immer ab, ey. Ich verstehe überhaupt nicht, was die Ente bringt, weißt du. Du kriegst Schaden und dann ist die wieder weg. Ja, weil die abhaut dann. Die hat halt viel Schiss immer. Die Ente ist halt wie ein Arsch. Die ist halt nicht so geil, aber zwei Distances hat mir auf jeden Fall eine Zeit lang das Leben gerettet. Das hilft dir halt so lange, bis dich dann Leute erreichen können. Ja, ja, klar. In dem Fall hat Stalu jetzt auch Zeit. Stalu bist dran. 30 Karten noch, bis gemischt wird. Unmöglich. Okay, ich schieße es aber zurück. Jetzt haben wir das selbe Equipment. Jetzt werden zurückgeschossen. Jetzt geht's neu. Du bist voll crazy. Mal gucken, Robert, jetzt vielleicht. Kommt der jetzt eigentlich an mich ran? Ja, oder? Bin ja gar nicht. Kommen wir aneinander ran? Ja, oder? Macht es für mich Sinn, wenn ich die Toten zurückhole? Hol die Toten zurück! Hol die Toten zurück! Was nicht im Ernst? Das gibt's nicht mehr. Nein, 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 nein. Tatsächlich wäre auch Christian der, für den es am wenigsten Sinn machen würde. Einfach drei Karten. Drei Karten? Sechs Karten. Ich habe Peter und ich selbst gekillt. Dann hat er drei Gegensicht. Ja, aber der muss doch alle killen. Hat nur noch einen Gegner. Dann hätte der wieder vier Gegner. Ja, das ist jetzt vorbei. Also er hat mich jetzt gleich. Das ist der Hound. Ähm, und... Attack. Alter, jedes Mal, wenn Dalo dich angreift, kannst du drei Sachen wegknallen und der... Alles klar. Dalo, ich würde nächste Runde nicht Christian angreifen. Ach! Auf die Idee, wenn die auch... Was? Ich bin ein smarter Boy, ne? Du kannst so viel von mir lernen, doch? Jeder hat echt die Weiße auf der Toilette gefunden. Aber was ist, wenn ich eine Fähigkeit habe, die mich wiederbelebt, wenn ich sterbe? Dann bist du wiederbelebt. Ja, aber dann kann ich dich auch attackieren. Und du verlierst drei Karten. Das stimmt. Nee, nicht drei Karten. Doch, er legt drei Karten ab. Ich glaube, ich leg drei Karten ab. Ja, drei Karten, ich habe drei Leben gelesen. Das stimmt, das würde wieder Sinn machen. Peter muss gerade seinen Auciismus befriedigen. Was? Achso. Der da oben. Du klappst das nicht bei zwei Sachen. Bist fertig, Christian? Ja, du bist dran. Achso, schön. Jetzt wird spannend. Okay, wir brauchen den Hound, oder was? Nein, Alter. Und jetzt kommt noch der Jahrmarkt. Kommt, ach Mann. Oh, zwei Attempten, wow. Okay, ich attackiere Christian. Ja, dann werfe ich mal drei Karten ab. Hä? So. Äh, und zwar die wunderschönen Karten, so wie die hier, oder die hier, oder die hier. Oh, shit, ey. Ja, nein, damit bin ich tot. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Na, schade. Ach, echt jetzt? Ja, ja. Ich habe halt gehofft, dass du es halt nicht machst. Ein Leben gezogen. Oh, wow. Schade. Aber, Dalu, ja. Ich werfe drei Karten auch ab, weil ich werde jetzt zurück angegriffen. Ich hatte noch eine Waffe. Na, stimmt. Und dann hatte ich übrigens noch eine Waffe. Ich war auch schon tot. Alter. Das Einzige, was ich eigentlich auf der Hand hatte, war ein Attack, den du gerade gegeben hast, in einem Block. Schon wieder hat der Traitor jetzt gewonnen. Zweimal hintereinander. Ja, finde ich auch witzig. Ja, aber so krass hatten wir das noch nicht mit, alle werden wieder bewegen. Ja. Das war pures Chaos. Chaos-Monus over the 1000 Airmen. Das war witzig. Also, das ist natürlich jetzt blöd, so richtig habe ich nicht gewonnen, weil ich habe Sepp eigentlich nur töten können, weil ich einmal angegriffen habe, ohne dass ich hätte angreifen können. Ja, ja. Aber du hast schon gewonnen. Du hast halt einfach mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gegner getötet. Ja, das ist richtig. Ich habe recht viel getötet. Ich habe Piraten auch öfter getötet. Ja, aber du warst halt... Ich habe sie wiederbelebt. Dalu hat halt absolut mal wieder die Würfel rollen lassen. Wenn keiner darauf achtet, ja, dann ist das halt so. So, da kannst du nichts dran machen, aber rückgängig ist halt auch wieder Quatsch, weil es halt, kannst du ja drei Runden was zurück machen, weil dann einem aufhängt. Dann müsst ihr einfach beim nächsten Mal ein bisschen besser wieder aufpassen. Ja, es ist halt 65 Millionen Grad. Haut rein. Ja, das ist leider wirklich wahr. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.